hi leute und herzlich willkommen zu einem neuen photoshop tutorial und heute werde ich euch zeigen wie ihr hier die sommersprossen bei einem bild mit einer person die viele sommersprossen hat noch stärker betonen könnt das hier war mein ausgangsbild und mit nur einer einzigen ebene kann man das eben richtig schön hervorheben diese lösung hier mit nur einer ebene habe ich von kevin hollywood abgeschaut bzw bei ihm gesehen und die ist einfach so genial und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten so zuallererst öffnen wir uns natürlich unser ausgangsbild hier in photoshop und alles was wir nun machen müssen wir gehen hier auf das neue einstellungsebene symbol und wählen hier die einstellungsebene kanalmixer aus hier bei den eigenschaften machen wir nun folgendes wir stellen hier die checkbox bei monochrom an ziehen nun den rot regler bisschen nach unten dass unser bild so leicht dunkel hier wird und im blau regler nach oben damit wir das bisschen wieder ausgleichen und man sieht hier jetzt schon in der schwarz weiß version die sommersprossen kommen viel stärker hervor so an sich kann man es jetzt sogar schwarz weiß lassen aber wir wollen es natürlich auch in farbe haben unser bild und dann gehen wir hier bei den ebenen beim ebenen modus auf luminanz also dass quasi nur die helligkeitswerte und nicht die farbinformationen übertragen werden und schon haben wir hier unser ausgangsbild so davor so danach und man sieht auch hier zum beispiel dieses model hat hier blaue augen und die kommen auch extrem gut raus aber was hier negativ ist bei dieser methode man sieht hier zum beispiel dieser weiße bereich ist stark überbelichtet genauso andere bereiche hier zum beispiel die hand die haben sich auch stark verändert möchte man jetzt wirklich bloß hier darauf den effekt haben so können wir dann natürlich unsere ebenen maske hier nutzen können diese dann umkehren also zum beispiel hier dass der ganze effekt weggenommen ist und dann wirklich selektiv hier mit dem pinsel mit einer relativ großen spitze und einer geringen härte noch ein bisschen größer dann wieder mit weiß quasi diesen effekt hier hinzunehmen zum beispiel bloß aufs gesicht so hier wie in dem fall dass wir bloß das gesicht hervorheben und so kann man das ganze dann auch hier mit dieser ebenen maske nacharbeiten also das ist hier dieser ganz einfache effekt vom calvin hollywood wo man eben das porträt einmal insgesamt aufpeppen kann aber eben hier auch vor allem die sommersprossen hervorheben kann jetzt möchte ich euch noch eine zweite möglichkeit zeigen wo man ausschließlich die sommersprossen hervorhebt ohne irgendwelche anderen farbinformationen und so weiter augen und so weiter zu verändern wieder ganz normal das ausgangsbild in photoshop laden anschließend auf das neue ebenen symbol ziehen zum duplizieren und nun gehen wir auf filter sonstige filter hochpass und hier stellen wir jetzt einen radius ein damit unsere sommersprossen rauskommen sage ich jetzt mal also das hier war ein bisschen zu wenig ich kann hier die sommersprossen fast nicht erkennen das hier wäre dann zu viel so ein schöner mittelwert also in meinem fall sind so um die zehn pixel dass ich hier eben noch schön die sommersprossen sehe mache ich mal so und nun stelle ich hier auch wieder den ebenen modus von normal auf entweder ineinander kopieren oder weiches licht mit weiches licht habe ich bessere erfahrungen gemacht nun sieht man hier das bild ist insgesamt ein bisschen nachgeschärft und die sommersprossen kommen stärker raus so davor so danach ist wirklich nur ein ganz feiner unterschied weil man merkt hier eben schon wie stärker die sommersprossen raus kommen und nun kann ich auch wieder nur hier drauf den effekt anwenden also ich kann mir hier neue ebenen maske erstellen die wieder umkehren zum beispiel so dass sie ja eben schwarz ist und nun nehme ich mir wieder meinen pinsel weiß in den vordergrund relativ weich und mal mir hier diesmal mit einem etwas kleineren pinsel lediglich meine sommersprossen nach dass wirklich bloß die hier raus kommen davor und danach richtig schön herausgearbeitet sommersprossen nicht so extrem sondern ganz dezent und das geht eben auch ganz einfach hier mit dieser einen hochpass ebene ja ich habe euch zwei möglichkeiten gezeigt wie man die sommersprossen betonen kann und ich hoffe ich konnte euch damit etwas beibringen bis dann tschüss